Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einem weiteren Bildbesprechungsvideo und ich habe zwei Aufnahmen für euch, zwei Aufnahmen wo ich wirklich nicht wirklich was kritisieren kann aber ich möchte ein bisschen was dazu sagen also die erste Aufnahme ist vom bastian und ich sage jetzt mal hot up hoffe das stimmt falls ich es falsch ausgesprochen habe bastian sorry also 23 jahre alt fotografiert erst seit anderthalb Jahren ich habe ihn so ein bisschen zur makro fotografie gebracht hat eine sony alpha 6000 und das sony makro 90 mm habe ich auch benutze es ehrlich gesagt sehr selten ist im mundenhof in freiburg aufgenommen das ist ein terrarium teil im tiergarten und es ist eine gesteckte Aufnahme das war mir fast schon vorher klar obwohl ich es nicht wusste oder ja man sieht das einfach weil so viel tiefen schärfe bei so einem Objekt so nah dran ist einfach so nicht möglich also bildbearbeitungstechnisch sehr gut also der stack ist dir wirklich gut gelungen ich weiß nicht genau wie du es gemacht hast das hast du leider nicht geschrieben mal gucken ob hier irgendwas noch in der datei übrig geblieben ist von der blende her 4,5 also ganz schön viel iso 1600 iso also das ist klar 1600 iso weil in einem terrarium ist meistens nie so viel licht aber ich muss wirklich sagen Hut ab dafür hast du das rauschen ziemlich gut im griff und da sieht man auch mal dass es funktionieren kann ich kann nicht wirklich was zu dem bild sagen es wäre schön gewesen wenn hier vorne noch die zehenspitzen von dem ja was ist das eigentlich ist es ein gecko ich weiß es nicht ich glaube du hast auch nicht reingeschrieben guck jetzt nicht nach also das hier finde ich schade obwohl die Aufnahme top ist retuschetechnisch hätte ich hier dieses haar oder was immer er hier am mund hat an der lippe hätte ich wegretuschiert mit viel vergrößerung und kleinen pinselchen funktioniert das mit sicherheit sehr gut kein problem logo bin ich nicht so ein freund von vielleicht auch nur weil hast du es gemacht damit hier keiner dir das bild klaut aber in der ecke wäre das rucki zucki weg gibt es mir glaube ich recht und dieser ast der ist zu hell also das wird jetzt im jpeg nicht funktionieren aber ich probiere es mal einfach ein wenig das ganze zu minimieren als raw kannst du das auf jeden fall machen und wenn man jetzt hier in den lichtern ein bisschen runter also wir machen das mal anders weil hier ist glaube ich der pinsel wieder die bessere wahl machen wir nicht mit der belichtung sondern wir machen das mit den lichtern ja und jetzt malen wir mal hier einfach drüber und und schon ja das du musst das im rohr machen übrigens ganz ganz wichtig also ich denke mal wenn du meine videos kennst erst stacken dann entwickeln und in 16 bit arbeiten dann weil durch stacken wird der kontrast höher je nach je nach programm was du da verwendest das hast du auch leider nicht geschrieben wird mich interessieren also das hier ist mir ein bisschen zu hell das sollte natürlicher aussehen das könnte auch ein bisschen mehr warm vertragen und dann ist das bild super und wie gesagt diese diese ja dieser faden hier wir machen das jetzt mal wir versuchen es einfach mal ich gehe mal hier näher ran ich mache meine pinsel spitze mal sehr klein ja und ich gehe einfach mal mit der billigsten reparatur methode von photoshop drüber manchmal muss man auch wieder ein stück davon korrigieren zurücknehmen also du kriegst das weg bin ich mir sicher und dann stört das nicht mehr jetzt das hier braucht man ja das kann man auch weg machen also du kannst diese feinheiten noch verbessern hier hinten ist auch noch mal so ein haar und du siehst photoshop kann das eigentlich ziemlich gut ich habe jetzt ein bisschen zu kleine spitze gewählt also das wäre wirklich das sind die punkte wo ich sage kann man noch verbessern im übrigen auch hier oben diese hellen helle stelle die hätte ich jetzt auch noch mit einer leichten vignette im nachhinein kann man immer noch machen geht ja mit ganz wenigen klicks ja ein bisschen vignette rein bisschen ja und schon ist hier oben dunkler ohne jetzt dass es wirklich aussieht wie eine vignette und jetzt gucken wir mal einfach das ist vorher das ist nachher also bastian ganz tolle aufnahme auf jeden fall und mehr gibt es nicht zu kritisieren also es ist sowieso keine kritik ist einfach ein paar punkte die ich dir mal mit auf den weg gebe noch ein bisschen mehr bild bearbeitung noch ein bisschen mehr aufpassen gerade so helle stellen auch hier hinten wenn du ich weiß nicht ob du das bild noch geschärft hast also nie die unschärfe sozusagen mit schärfen gibt ja verschiedene möglichkeiten habe ich in meinen videos so ein paar drin wobei das auch wieder aufs motiv ankommt viel 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 erfahrung muss man da haben mit der zeit kommt die aber und für anderthalb jahre gleich so ein stack mit dem objektiv mit der kamera und das ist eine tolle aufnahme daumen hoch sieht man das ja daumen hoch auf jeden fall von meiner seite und danke dir für die einsendung des bildes vielleicht trifft man sich mal wenn ich da unten in der ecke von straßburg wieder bin kannst du dir mal auch videos dazu angucken die ich über straßburg gemacht habe beziehungsweise dass da auch wieder im november fotobörse ist ich bin ja ich bin ostern da aber da habe ich keine zeit da bin ich sozusagen mit freunden unterwegs aber prinzipiell wenn wir mal wieder fotografisch was machen wäre das vielleicht mal für dich interessant und man lernt sich einfach mal persönlich kennen danke auf jeden fall für dieses tolle makro bild gesteckt kommen wir zur zweiten aufnahme vom uwe ketterer und wer ein bisschen aufpasst der weiß moment mal der hat doch schon ein bild eingeschickt ja ist richtig ich habe das einfach reingenommen weil hier gibt es wirklich nicht viel zu sagen außer dass es schade ist dass da hinten die schwanzspitze fehlt das dürfte dir wahrscheinlich auch klar sein du hast wieder mit einer panasonic ich weiß nicht wieder ist vielleicht falsch also mit einer lumix g 81 von panasonic mit einem leica 100 400 aufgenommen bei 400 mm 3,6 ein 320 200 iso manche dinge muss man einfach nicht wissen das lustige ist du hast auch im mundenhof in freiburg ein tierpark dieses vögelchen aufgenommen und der bastian hat hier moment diese ja im terrarium bereich diese ich weiß nicht ob es ein eidechs ist ich halte besser die klappe bevor wieder einer um die ecke kommt und sagt hey ne also die aufnahme ist super scharf es ist klasse ich wüsste nicht was ich da ändern würde außer dass halt schade ist dass hinten die schwanz bitte schwanz spitze fehlt man erkennt jede feder und ja mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen also ich wüsste jetzt nicht was man da verändern kann vielleicht würde ich noch mal ein bisschen ich weiß nicht wie die bildbearbeitung war man könnte vielleicht noch ein tick mehr kontrast geben so einen kleinen hauch auf dem auf dem vogel vielleicht noch ein bisschen mehr schärfe fürs gefieder kleinigkeiten das ist aber ja so eine sache weil ich es gerade sehe entschuldigung also hier natürlich ich sag mal der schiss den hätte ich vielleicht weg retuschiert müsste aber auch nicht unbedingt sein also uwe hier gibt es nichts zu sagen du kannst sowieso fotografieren finde ich ähm und dass man mal eben auch wenn man gerade irgendwie so ein schnappsch es ist ja vielleicht ein schnappschuss vielleicht war der eine sekunde später weggeflogen von daher hat man dann auch nicht möglichkeiten jetzt das zoom noch groß zu bewegen und eben den ganzen vogel drauf zu kriegen auf jeden fall das sitzt ja die schärfe ist da wo sie hingehört also auf dem ganzen gefieder das auge ist gerade so drin die schnabelspitze wenn ihr das seht ist natürlich schon leicht wieder aus dem fokus aber das liegt an der aufnahme und ja ein toller haussperrling hast du geschrieben also ich sag dazu auch nur spatz und ja das soll es für dieses video gewesen sein ich hoffe du bist zufrieden mit dieser kurzen knappen sache und bis zum nächsten video wünsche ich euch ja viel spaß viel erfolg und ja macht einfach bilder und dann werdet ihr automatisch besser learning by doing und ein bisschen ja vielleicht noch youtube videos oder sich mit anderen fotografen treffen ich komme gerade von einem stammtisch das möchte ich auch mal erwähnt haben und das war wieder ein sehr sehr schöner abend ja das ist nichts tiefgreifendes aber man kriegt immer wieder was mit man hört etwas über über auch mal andere produkte man sieht mal über den tellerrand sehr interessant bis zum nächsten mal tschaui tschüss euer Sven